Bisher noch nicht so wirklich gemerkt, gibt es halt Praxen, die wirklich nur noch Privatpatienten nehmen, aber ich habe sowas nie in Anspruch nehmen müssen, bei Fachärztin oder ähnlichem. Naja, aber musst du denn zwei Monate auf den Arzttermin warten? Oder geht das bei dir innerhalb von ein bis zwei Wochen fit? Es gibt kein Hauptmenü. Facing? Nein. Motion Blur? Kamera Sensitivität. Ich glaube, sowas gut. Okay. Ihr habt Ton und ihr habt Bild, right? Ja? Okay, perfekt. Please check electric signs. Hier haben wir einen jungen Herren, der am Handy spielt. TRPG. Ist auf der Rückseite anderes Zeug? Ne. Oh! Oh! Gibt es bei dem Spieger keine Erklärungen? Äh... Sind wir schon... Woran sehe ich denn, ob ich jetzt auf Stufe 1 bin oder nicht? Next reisen. L0. Reisen. L0. Ich kann nur geradeaus. Wie kann ich denn... Anomalien... ...benennen, wenn ich... ...nur in eine Richtung... Oh! Do not proceed to the next car until the anomaly in this car has disappeared. Nicht in den nächsten Waggon, sondern warten, bis die Anomalie in diesem Wagen weg ist. Und erst dann in den nächsten Waggon. Aber wie verschwinden die denn? Wo ist denn die Anomalie? Ja, ich würde sagen, die Anomalie ist weg. Wenn euch nicht aufgefallen ist, wo die Anomalie war, dann... ...hah... ...jokes on you... ...hw... ...hör zu. Oh, man... ...hör zu... ...hör zu... ...hör zu... Merkt euch die Glühbirnen, dann merkt euch als nächstes das kleine Kind mit der 8 und dann merkt euch den armen Kerl, der ganz alleine sitzt und niemand will neben ihm sitzen und dann merkt euch die Frau mit dem Handy und dann merkt euch den Mann mit dem Rasierschaum und dann merkt euch den Cowboy mit den ganzen Zootieren und ich merke mir Haus, Open Campus, Kuscheltier, Anime, Museum und Anime. Was war das Erste? Glühbirnen. Das ist zu viel zum merken. Mach das selber. Nein, nein, Arbeitsaufteilung. Wir schaffen das gemeinsam. Okay, perfekt. Do not move when it is bright. Wir dürfen uns nur bewegen, wenn es dunkel ist. Was passiert sonst? Oh. Ach, das ist so red light, green light. Right? Wie bei Squid Game. Sterben wir, wenn wir uns im Licht bewegen? Was passiert aber so? Was passiert sonst? Ich hab's geschafft. Und jetzt geh mir aus dem Weg, Pippi Langstrumpf. Gute Arbeit. Damit sind wir dann ja wohl ganz klar in Level 1. Okay. Das ist unsere Levelanzeige. Wahrscheinlich müssen wir 8 Level durchhalten. Eben waren wir L0, jetzt sind wir L1. Glühbirnen, check. Kind mit der 8, check. Einsamer Kerl, check. Lady mit Telefon, check. Typ mit Rasierschaum, check. Copy. War das ein Geist? Die Tür ist von alleine aufgegangen. Die Schilder oben, hast du dir die gemerkt? Ah, nee, die müssen wir gleich noch mit aufnehmen. Baumhaus, check. Campus, check. Stofftier, check. VR-Chat, right? VR-Chat, ja, ja, ja. Anime, Museum, Anime. Check, check. Hier oben haben wir eine Küche oder so. Tiere, Anime, Computer, Sumoringa, Auge. Fing gut. Wir sollen erst dann in den nächsten Wagen, wenn die Anomalie verschwunden ist. Sollte eine Anomalie vorhanden sein, müssen wir warten, bis die weg ist. Ich denke, dass der Kerl da vorne eine Anomalie darstellt. Eigentlich sollte er hier sitzen und auf sein Handy gucken. Stattdessen steht er da vorne rum wie ein Zombie. Chat, was machen wir? Können wir denn zurück? Soll ich mich vielleicht hier an der Seite hinstellen, weil er dann an mir vorbeiläuft? Oder soll ich mich gegen die Tür pressen? Es sieht aus, als ob er mit irgendwas gefüllt wäre, mit irgendeiner schwarzen Flüssigkeit. Hey, so kann ich ja nie in den nächsten Wagen. Der verschwindet nicht. Der läuft gegen die Wand. Hätte ich ihm aufmachen sollen? Ging nicht. Die Tür ging nicht auf. Lauf zur Tür? Ich glaube, wenn wir jetzt durch die Tür durchgehen, dann werde ich zurückgesetzt. Soll ich ihm aufmachen? Oder sterben wir dann? Sei ein netter Schwabbel und hilf ihm. Sir. Ich weiß nicht, ob Sie mich überhaupt hören können. Sie haben ja nicht mal mehr Ohren. Ich habe es probiert. Geht nicht. Wir gehen weiter. Oder hätte ich mit ihm interagieren müssen, wie mit dem kleinen Mädchen? Muss ich in ihn reinlaufen? Wir pressen uns von hinten an ihn. Komm her, Großer. Oh! Oh! Hey! Ich... Ich würde dir gerne helfen, aber... Ich kann nicht. Zu seinem Platz? Oh, vielleicht muss ich ihn zu seinem Platz führen. Gute Idee. Lass mich dich führen. Komm mit. Ich kann nicht. Reset? Was hätten wir tun sollen? Jetzt sind wir wieder bei Null. Hä? Was wollte der von uns? Ich glaube, er warst du noch so nett. Schon. Wir haben versucht, ihm zu helfen. Oh, please check electric signs. Damit ich sehe Level Null. Das war der erste Hinweis. Das war gemeint. Habe ich. Alright. Hier war jetzt irgendwie gar kein Hinweis. Wir gucken einfach mal. Glühbirnen, check. Mädchen mit der Acht, check. Einsamer Du, check. Frau, check. Rasierschaum, check. Zoo, check. Baum. Haus. Verschiedene Rubriken, check. Kuscheltier, check. Anime. Museum. Anime. Wir beginnen mit der Küche. Tiere. Anime. Computer. Sumoringer. Dingsbums. Sieht gut aus. Wenn du eine Anomalie findest, musst du wieder zurück in den vorigen Waggon. Wenn nicht, dann weiter. Na, ich glaube nicht. Also. Das. Das Schild hat gesagt. Also. Es gab ein Schild, das gesagt hat, wenn eine Anomalie da ist, muss ich warten, bis sie wieder verschwindet. Und erst dann darf ich weiter. Was ich darunter verstanden habe, ist, es gibt kein Zurück, es gibt nur geradeaus. Aber das Timing ist essentiell. Jenny, danke für die 54 Monate. Immer noch Level 0. Was haben wir übersehen? Hallo Jenny. Moin. Vielleicht konzentriere ich mich zu sehr auf die Schilder. Vielleicht gibt es noch mehr, nachdem wir Ausschau halten sollten. Vielleicht gibt es irgendwas unter den Sitzen oder so. Oh, und die Schilder haben ja auch noch mal eine Rückseite. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Das soll das von der Seite auch noch mal abchecken. Schilder, danke für die 4 Monate. Vielen Dank für den Resub. Hallöchen. Zählen wir die Handgriffe? Bro, nur über meine Leiche. Vielleicht sieht er irgendwann auch in der Spiegelung komisch aus. Oder er kann, er wird nicht gespiegelt, weil er ein Vampir ist. All right. Das ist einfach. Warten, bis es nicht mehr rot ist. Und erst dann weiter. Oder. Oder? 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 Wir haben kein Spiegelbild. Sind wir also der Vampir? Vielleicht. Wie lange muss man warten? Ich hab keine Ahnung. Wir spinnen das jetzt auch die ersten 5 Minuten. Vielleicht soll ich auch die Tür öffnen und nicht sofort weiterlaufen, sondern kurz warten. Hey! Sir, ich glaube, sie werden beur... Oh! Kann ich den Sound ein bisschen leiser machen? Die Augen folgen uns sogar! Ich glaube, sie werden beurteilen. Jetzt sind wir Level 2, aber wir sind weitergegangen, obwohl die Anomalien nicht verschwunden waren. Komisch. Vielleicht ist es so ein bisschen RNG? Keine Ahnung. Du bist verwirrt? Ich auch. Ich glaube, einige Anomalien sind harmlos. So wie das rote Licht. There is only one way to find out. Okay. Okay, also ich sag mal so. Die ganzen Plakate sehen juda aus. Okay. Aber das hat noch nicht so viel zu bedeuten. Vielleicht muss ich die... Vielleicht müssen wir die auch irgendwie Blickkontakt mit den Anomalien herstellen. Hm. Jetzt sieht zum Beispiel wieder alles gut aus. Was soll ich da tun? Vielleicht musst du einfach ein paar Sekunden vor der Anomalie stehen bleiben? Maybe. Hier sehe ich hier zum Beispiel nichts. Ich würde einfach weitergehen. Die großen Hände sind lustig. Ah, ja, okay. Ich habe sie gesehen und ich habe sie erfolgreich geschafft. Das sind unterschiedliche Animationen, als ob sie... Bei der Animation will er einen zerquetschen. Zuerst war es so ein Gestreichel, so ein... Huch, wo habe ich es denn liegen lassen? Wo ist es denn? Aber das eben war einfach nur brutales, ich quette dich zu Tode. Sobald er raus ist, gehen wir weiter. Let's go. Okay, also irgendwie haben wir es bis Level 3 geschafft. So weit, so gut, hm? Glühbirnen, Mädchen mit der Acht, einsamer Dude auf der Bank, V mit Handy, Rasierschaum, Freund, Zootiere, Baum im Grün, Campus-Zeugs, Kuscheltier, VR-Chat, Museum, Anime. Plakate sehen gut aus. Von der anderen Seite, Auge, Sumo, Computer, Anime, Tiere, Küche. Sieht alles ganz wunderbar aus. Was ist mit unserem Brüderchen hier? Handy ist aus. Er sieht normal aus. Draußen ist nichts Verdächtiges zu sehen. Spiegelbild ist da. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Stell dich mal vor eine Tür. Weh. Bei den Händen eben? Nee. Oder jetzt einfach. Sieht okay aus. Wir sind immer Level 3. Wie kann das sein? Wir sind weder weiter nach vorn, noch wurden wir zurückgesetzt. Du kommst nur über eine Anomalie ins nächste Level. Oh. Das heißt, wenn keine vorhanden war, herrscht Stillstand. Deshalb sind wir in Anomalie 3 geblieben. Äh, Level 3. Alright, alright. Wenn hier eine Anomalie sein sollte jetzt, dann versteckt sie sich. Sie wird uns nicht auf die Nase gedrückt. Wir gehen wieder alle Schilder ab. Anime. Museum. Anime. Küche. Waren die Tiere schon immer, waren die vorher nicht alle fröhlich? Ich hab nie so genau auf die Tiere geachtet, aber hatte vorher auch schon einer Flöhe und die andere irgendeinen Ausschlag und war so halb tot. Und die Katze hat sich Augentropfen gegeben. Hat Erdbeersaft? Moin. Ich hab das Gefühl, das mit den Tieren sieht anders aus. Die Tiere davor waren glücklich. Ja, ne? Die waren, die waren happy. Die sah nicht so aus, als ob sie sterben. Tierarztwerbung hin oder her. Okay. Spiel. Ich habe die Anomalie gefunden. Ich bin jetzt mehrere Sekunden vor dieser Anomalie stehen geblieben und werde mich jetzt Richtung Ausgang bewegen. Ich hoffe, du registrierst, dass ich registriert habe. Dass da was mit dem Plakat nicht stimmte. Okay. Ich will nicht auf die falsche Seite. Hä? Warte mal, nein, das ist die richtige. Unser Dude ist aufgestanden und steht jetzt da hinten in der Tür. Hey, stopp. Hey. Die Tiere waren normal. Die Tiere waren normal. Die Tiere sollen alle so ein bisschen leiden. Ist doch logisch. Werbung für den Tierarzt. Flöhe, andere Wehwehchen, dann ab zum Tierarzt. Mann. Chat. Da müsst ihr schon ein bisschen, ihr müsst schon besser aufpassen. Euch kann man echt leicht reinlegen. Glühbirnen, Mädchen mit der Acht. Einsamer Kerl auf der Bank. Frau mit Handy. Sie war, dank für den verschenkten Zabaroni. Dinoman Rasierschaum. Zootiere. Haus im Grünen. Viele verschiedene Kategorien. Kuscheltiere. Anime. Museum. Anime. Küche. Tiere mit Krankheiten. Anime. Computer. Sumo. Auge. Yes. Das war gut. Everything. Looks just fine. It's just the way it's supposed to be. This guy too. Looks really nice. Spiegelbild? Yes. Ich würde sagen. Wir haben ja alles gut angeguckt. Und es geht weiter. Einen jetzt mal umdrehen. Hat sich irgendwas verändert? Nein. 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 Okay. Das ist nicht gut. Was? Kann ich zurück? Es sieht aus, als hätte er Sticker im Gesicht. Was hatte man gegen den Tun? So ein... ...krieg mir der Level Null. Oh. Hier steht's nochmal, Chad. Do not proceed to the next car until the anomaly in this car has disappeared. Was? Nicht ins nächste Auto, solange die Anomalie noch da ist. Erst ins nächste Auto, wenn... ...ins nächste Waggon, wenn die Anomalie verschwunden ist. Was? Der ist schon wieder. Okay, was machen wir gegen dich? Gut, dass wir eine zweite Chance bekommen. So früh. Do not look. Do not look. Oh, das hätte ich mal vorher lesen sollen. Achso. What the fuck? Sag doch gleich. Ich soll mich einfach nicht angucken. Geh ich rückwärts? Das kann ich ihn nicht angucken. Okay. 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 Level Null. Also war da eben irgendwas. Ich darf nicht zu schnell sein. Geh Punkte zurück. Was für Punkte? Was los? Bei Horror machen wir immer Dingsbums aus. Weiß Bescheid. Was los? Ja, Lötz und so. Ne, hab ich nicht ausgemacht irgendwie. Kriegst deine Bauch? Sir. Das fände ich nicht gut. Ich werde Sie anzeigen, wenn Sie mich weiterhin aufnehmen. Sie haben mein Erlaubnis nicht. Ich würde sehr begrüßen, wenn Sie... Hören Sie auf. Ich weiß. Ich bin total berühmt. Hey. Hallo Fans. Trotzdem. Sie hätten mich vorher fragen sollen. Stop. Stop. Hä? Man kann sich hinsetzen. Das Schild, gelbes Schild, ist eine Anomalie. Warte. Hier ist eine andere Anomalie als der Typ, der mich mit dem Handy filmt. Welches gelbe Schild? Was ist das Ziel des Games? Ähm. Das Ziel des Games ist, das Level 8 zu erreichen. Wir sind jetzt Level 1. Ich kann mich überall hinsetzen, wenn ich will. Aha. Vielleicht wird das später noch wichtig. Das Schild an der Tür. Das, was uns sagt. Immer warten, bis die Anomalie weg ist, bevor du weitergehst. Ich verstehe. Immer noch Level 1. Das bedeutet, da eben war keine Anomalie. Aber die können sich jederzeit ändern. Ich muss ein bisschen aufpassen. Punkte kann ich, kann ich zurückgeben nach dem Stream, mach ich. Sorry. Hör mal, heute willst du mich gar nicht filmen, oder wie? Dein Freund konnte sich kaum zurückhalten. Gut, ich sag mal so. Das sieht okay aus. Ich bin jetzt drauf und dran, da rüber zu gehen. Weil ich hab sonst nichts gesehen. Oh. Immer noch Level 1. Wir haben jetzt zweimal hintereinander ein Zugabteil bekommen, in dem keine Anomalie vorhanden war. Das heißt, wir sind Level weder aufgestiegen, noch wurden wir auf Level 0 zurückgesetzt. Wir brauchen Anomalien, um weiterzukommen. Wenn eine Anomalie vorhanden ist, müssen wir uns aber irgendwie mehr oder weniger mit dir auseinandersetzen und dürfen nicht zu schnell geradeaus. Das Spiel wirft uns das sonst vor. Und dann landen wir wieder bei Level 0. Die Spielregeln hab ich noch nicht alle so ganz begriffen, aber es geht so ungefähr in diese Richtung. Das sieht ja nicht alles juda aus. Ich geh weiter. Immer noch Level 1. Bro. Okay. Das gelbe Schild ist wieder am... Oh. Das hier ist mal anders, du. Das ist keil. Oh. Hallo. Guck mal, Chat. Haben wir das gefixt bekommen oder wie oder was? Gut. Und jetzt ist auch das gelbe Ding weg. Oh. 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 Chat, dieses gelbe Ding ist nicht einfach Tutorial, was einem sagt, du musst immer warten, bis die Anomalie verschwindet und erst dann darfst du weitergehen. Dieser gelbe Zettel taucht immer nur dann auf, wenn in diesem Abteil etwas anders ist als sonst. Das heißt, das ist nicht die Grundregel für das ganze Spiel, sondern wenn dieses gelbe Schild da ist, dann muss ich die Anomalie finden und dann muss sie weg sein, bevor ich weitergehen darf. In allen anderen Szenarien gelten gegebenenfalls andere Regeln. Oh. Oh shit, was machen wir mit dem, Chat? Beim letzten Mal hab ich gewartet, bis er von seinem Ende zu meinem gelaufen ist und dann hab ich versucht wegzulaufen, aber dann ist er auf mich zugerannt und hat mich gefressen. Miss Brini, danke für die 29 Monate. Einfach weitergehen, glaub ich, wenn er an der Tür vorbei ist, wenn er an mir vorbei ist, hinsetzen, auf seinen Platz setzen. Hm. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Steht da was an der Haltestellenanzeige? Äh, gut, äh... Input nah. Da steht keine Anleitung, wie wir ihn bezwingen können. Dann vorbeischleichen, dann schnell durch die Tür abhauen. Das ist quasi das, was wir letztes Mal versucht haben. Wobei, ich bin nochmal auf ihn zugerannt, hab ihn angeschubst und er hat sich dann so umgedreht. I don't know. Vielleicht hätte ich ihn auch hier anfassen müssen, damit er sich dahin setzen kann, wo er sonst immer sitzt. Und wenn man ihn nicht genau an der Stelle stoppt, frisst er ein. Also wir versuchen zu verschwinden, ohne ihn anzufassen, right? Okay. Das hat funktioniert. Wahrscheinlich, weil wir ihn nicht berührt haben. Level 3. Nice. Nice. Gute Arbeit. Soweit sieht alles ganz normal aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Vielleicht sehen wir irgendwann mal sein Display. Darauf sollte ich auch immer achten. Okay. Küche, Tierchen, Anime, Computer, Sumo, Auge. Die Rückseiten sehen bisher identisch aus. Ja. Ich würde sagen, es geht weiter. Hier war nichts. Chat. Was ist, wenn er näher kommt? Oh mein Gott, er kommt näher. Chat. Okay, was? Soll ich mich hinsetzen? Soll ich an ihm vorbei? Oh mein Gott, Hilfe. Oh no. Oh, zum Glück funktioniert Escape. Hinsetzen oder an die Seite drücken? Sitz. Setzen. Das ist ein Lehrer? Wovon redest du? Meine Lehrer sahen nicht so aus. Hinsetzen. Okay. Aber erst, wenn es dunkel wird, right? Warte. Setzen, wenn es hell ist oder wenn es dunkel ist? Okay. im Dunkeln schnell vorbei? Hm. Was ist, wenn er sich im Dunkeln fortbewegt und ich von ihm hier reinrenne? Im hellen an ihm vorbei? Das ist noch schlimmer. Chat, ich setze mich glaube ich einfach. Ich mag die Idee. Warte, er kommt ja nicht auf mich zu. Oh nein, sein Bauch ist in meinem Gesicht. Oh nee. Okay. Hinsetzen. Doofe Idee. Ah. Was wäre passiert, wenn wir aufgemacht hätten? D cards zumachen. D ke entrar. Warte, Chat, okay, durchrennen, right? Oder, oh, oh mein Gott. Huh? 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 Uh oh. They've been fetched? Mommy! What the fuck? Ah, okay. Interessant. Dem Wasser sind wir entkommen, aber danach ist irgendwas anderes passiert. Okay, Level 1. Hey, du bist doch dieses Red Light Green Light Mädchen. Beim letzten Mal warst du mit dem Rücken zu uns zugewandt und ich durfte mich nur bewegen, wenn das Licht aus war oder so. Ich erinnere mich nicht mehr. Lustige Geschichte. Ich stecke hier fest. Das ist schon mein vierter oder fünfter Anlauf und... Ganz schön spooky das Ganze. Darf ich an dir vorbei oder frisst du mich? Finde mich. Finde mich. Na gut. Das wird nicht allzu schwer sein, weil... Klebt sie draußen an der Tür oder... Wo versteckt die sich? Kleines Mädchen! Kleines Mädchen! Du murgelst doch! Da steht was am Boden. Ja, ja, sie hat... Oh! Sie hat geschrieben, finde mich. Wir sollen sie finden. Okay. Oh, in dem Bild wäre auch gut gewesen. Oh! Das wäre auch richtig smart gewesen. Stimmt, stimmt, stimmt. Level 2. Okay. Fuck. Okay. Okay. Durch ihn durch rennen, right? Soweit es dunkel wird, durch ihn durch. Hä? Hab ich das Spiel geschlossen? Chat, seid ihr noch da? Alle meine Fenster sind zugegangen. Wupp. Warte. Hä? Alle meine Fenster. Chat? F? Hört auf! Nein! Kann aber was passiert ist. Ich muss irgendeine Tastkombination gedrückt haben, die alles minimiert hat. Okay. Also, hinsetzen hat nicht funktioniert und durch den Durchrennen auch nicht. Vielleicht muss ich still stehen bleiben und dann darauf hoffen, dass er durch mich durch teleportiert. Oder ich muss an ihm vorbei, wenn das Licht hell ist. Also wenn das Licht an ist und alles hell ist. Was ist hier passiert? Draußen ist Nebel. SILENT HILL SILENT HILL SILENT HILL SILENT HILL SILENT HILL SILENT HILL Warum ist es so still? Oh mein Gott, stopp! Ich wäre fast rausgegangen. Die Tür da vorne ist auch von alleine aufgegangen. Jesus. Auf der Anzeigetafel stand was? Solange nur diese Haltestellen angezeigt werden, plus Level, also L1, L2, L3 ist alles okay. Manchmal kommen da aber auch richtige Anweisungen. Von wegen... Bewegt dich nur, wenn es dunkel ist. Oder dergleichen. Dementoren. Was bedeutet das? Die Riesen? Nein. Nein. Wir sollten warten, bis die wieder zugehen, denke ich. Was sind die Regeln bei Anomalie zurückgehen? Nee, ähm, die Regeln unterscheiden sich irgendwie von Mal zu Mal. Die erste Regel scheint zu sein, überlebe die Anomalien. Viele Anomalien wollen dich töten. Überlebe sie. Geh ihnen aus dem Weg. Ab und zu gibt es dann auch die Regel, dass wir erst dann zum nächsten Abteil weiter dürfen, wenn wir die bestehende Anomalie abgewartet haben. Manche Anomalien sind nur temporär zu sehen und verschwinden nach ein paar Sekunden. Ähm, in manchen Fällen müssen wir warten, bis die wieder verschwunden sind. Ansonsten würden wir auf 0 zurückgesetzt werden. Hier zum Beispiel scheint sich nichts zu tun. Ich glaube, hier muss ich nicht warten, bis alles wieder auf 0 zurückgesetzt wird. Ich glaube, hier darf ich jetzt weitergehen, ohne dass ich dafür bestraft werde. Ja, das ist super random. Hier ist, glaube ich, nichts. Oh, jetzt zum Beispiel haben wir da hinten ein gelbes Schild, auf dem steht, hey, stopp, 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 stopp. Geh erst weiter, wenn die Anomalie hier verschwunden ist. Das letzte Mal, als wir dieses Schildchen hier hatten, hat sich eines der Bilder geändert. Oh, oh. Und jetzt, wo wir das entdeckt haben, dürfen wir weiter. Was steht da? Look? Do not look. Do not look. Oh, okay, nicht angucken. Look away. Nee. Do not look away? Was soll ich denn tun, Mann? Do not look away. Oh, achso. Ich soll sie angucken. Auf Wiedersehen. Oh, die bewegt sich, wenn ich weggucke. Oh, okay. Do not look back. Ich darf mich nicht umdrehen. Krieg ich hin. Okay, Level 5. Ich glaube, das ist ein neuer persönlicher Rekord. So weit waren wir heute noch nicht. Okay, gut, gut. Hier ist mir nichts aufgefallen. Wir warten erst mal und gucken, ob sie verschwinden. Es gibt keine Anweisungen auf den Durchsagen. Da ist einfach nur noch zu sehen, auf welcher Station wir sind. Die scheinen nicht zu verschwinden. Dann an denen vorbeischlingeln, ohne sie zu berühren? Oh, shit, hier we go. Hat er ein Spiegelbild? Ja. Hallo, Karni. Guten Abend. Ich denke, hier war nichts. Wir gehen wahr. Oder? Ich denke, hier war nichts. Immer noch Level 6. Oh, hier ist wieder irgendwas verändert. Wir haben das gelbe Schild da hinten. Könnte sein, dass sich irgendein Bild verändert hat. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas muss von uns angestarrt werden, damit es sich wieder... Oh. Normal verhält. Easy. Okay. Okay. Level 7. Okay. 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 Das Licht hat verrückt gespielt. Das Licht hat verrückt gespielt. Schon weder. Das war's. Glaube. Level 8. Level 8. Verzeihung. Dürfte ich mich vielleicht ganz kurz auf ihren Schoß setzen? Nein? Na gut, dann... Na gut, dann... Verlasse ich diesen schrecklichen Ort einfach. Auf Wiedersehen. War mir eine Ehre. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Be careful for anomalies. Warte. War das Digger schon immer da? Nee. Ist eine dieser Figuren anders als die anderen? Der Sticker war schon immer da? Ah, okay. Warte. Ich komm nicht raus. Setz dich hin. Es ist kein Platz für mich zum Sitzen, glaube ich. Vielleicht ist das eine anders als die anderen. Oh, doch. Da ist ein Platz. Eww. Okay. Okay. Endstation, oder? Habe ich recht? Oder ist das ein Trick? Ich glaube, wir dürfen raus. Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Sehr schön! Gute Arbeit! Noch eine Runde, oder? Was machen wir? Deine Augen? Es ist ein bisschen hell, hm? Oh, warte mal! Darf man noch ein bisschen weitermachen und gucken, wie lange man durchhält? So, ein Endlos-Modus! Level 8! Die schwierigste Challenge ist es, beim Abspann nicht die Sehkraft zu verlieren. Okay, Bro! Chill! Okay, sehr gut! Gegen den wollten wir nochmal antreten! Boah! Wiss ich nicht! Achtet mal darauf, wie weit er sich immer teleportiert, Chat! So müsste er sich hinter mich teleportieren! Okay, ich hab keine Ahnung, wie man ihn ausrießt! Hahaha! Dieses Stück Scheiße! Ich hasse den! Hier ist irgendwas verändert! Achtet auf die Plakate! Änderung liegt in der Luft! Veränderung! Könnte sich auch wieder außerhalb des Zuges befinden! Aber irgendwo stimmt etwas nicht! Der Wackeldackel hier! Hi, du da! Sehr gut! Nicht laufen! Nicht angucken und rückwärts laufen! Meint ihr? Acht rechts, neun links, vier rechts! Und da drüber ist eine Tür abgebildet! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun! Eins, zwei, drei, vier! Okay, 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 let's go, let's go! Good job, Jet! Good fucking job! Na, rennt, bevor ich hier wieder raus plumpse! Das war beim letzten Mal das Problem! Der ist irgendwie, das Ding hat sich so in die Luft gehoben und dann sind wir rausgeplumpst! Aber, diesmal kommt das Ungleichgewicht verhindern, indem wir durchgerannt sind! Erdbeersaft, danke! Achso, ja, sorry, du kriegst die Punkte zurück! Wir haben den Bot irgendwie ausgehabt! Ah, mein Fehler, sorry, sorry, sorry! Hier hat sich wieder was verändert! Ein Plakat, Poster, vielleicht ist außerhalb des Zuges irgendetwas, das da nicht sein sollte! Irgendwas ist anders! Die Augen vom Anime Girl? Die Augen vom Anime Girl? Scheint in Ordnung zu sein! Hatten wir noch ein zweites Anime Girl? Hier! Oh! Ich hoffe, wir haben es gerade gefixt, ohne dass ich weiß, was genau so war! War es das hier? Gut gemacht, Chat! Ausgezeichnet! Jetzt zählt er runter! Der Start war bei Anomalie 8, jetzt sind wir bei Anomalie 4! Mit jedem Abteil, das wir richtig bewältigen, zählt er runter! Keine Ahnung, wo uns das hinführt! Vielleicht gibt es ein alternatives Ende? Das war's! Das war's! Vielleicht ist das ein Duo! Damit man alle Anomalien hat fürs Achievement. Boah, maybe? Keine Ahnung. Hier scheint nichts zu sein. Oh. Chat! Der hat mich jetzt schon zweimal umgebracht. Oder dreimal. Wir haben probiert, uns hinzusetzen. Er frisst uns. Wir haben versucht, im Dunkeln durch ihn durchzulaufen. Er frisst uns. Wir haben versucht, stehen zu bleiben, damit er sich durch uns durchteleportiert. Die Idee war, dass er sich nicht bewegt, sondern dass er teleportiert. Und dass, wenn man in so einem Zwischenraum steht, er an mir vorbeiteleportiert. Aber er läuft im Dunkeln. So sah es zumindest aus. Im hellen an ihm vorbei? An der Seite gibt es auf jeden Fall keine Tipps. Manchmal, da wo diese Schriftzüge kommen, nächste Station Hakibara, da gibt es ja manchmal Tipps. Aber gegen dieses Monster, keine Tipps, kein gar nichts. Das gibt uns überhaupt keine Infos. Den Rücken zudrehen? Wie kommt ihr darauf? Das ist ja noch schlimmer. Meint ihr? Rückwärts. Und dann bei Licht? Oder bei Dunkelheit? Ich versuch's ohne... Oh, wenn's hell ist, kann er sich nicht bewegen, Chat. Im hellen an ihm vorbei funktioniert. Gute Arbeit, gute Arbeit. Okay, okay. Haben wir den auch bezwungen, sehr gut. Ich hasse den. Anomalie 3. Okay. Wackelt ganz schön. Sieht erstmal ein bisschen verdächtig aus. Nicht bedrohlich. Einfach nur... Man denkt sich, was ist hier los? Hören die auch wieder auf, oder darf ich weiter? Anomalie 2. Ein absichernder Blick nach hinten, um zu gucken, ja, dass wir auch nicht verfolgt werden. Das ist nicht gut, glaub ich. Warum ist es so still? Und warum hab ich ne Taschenlampe? Warum... Ist die Tür offen? Sollen wir da rein? Hallo? Ich hab ein ungutes Gefühl bei der Sache. Geh vor, wir sind dicht hinter dir. Ich mach jetzt die Tür auf. Ich mach jetzt die Tür auf. Creepy. Anomalie... Ja, ja. Ist ja gut. Blutige Handabdrücke. Könnte schlimmer sein. Ja, ja. Was stimmt hier nicht? Wir sind jetzt bei Null angelangt. Auf Wiedersehen, alter Mann. War nett mit dir. True Ending? Oh, ich darf noch spielen. Der Zug ist weg. Hat der überhaupt existiert? Hat der überhaupt existiert? Vielleicht war das alles nur Einbildung. Ja. 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 Wait. Das ist doch... Ist das nicht die Umgebung, in der Exit 8 spielt? Welcome to Exit 8. Ja, oder? Exit 8. Diese gelben... Die gelben Fliesen und so? Das Game ist nämlich von... Vom Macher von Exit 8. Also ist das hier das Prequel. Der Vorgänger. Oh shit. Und der nächste Loop, in dem wir gefangen sind. Mhm. Mhm. Ja. Haha. Ich erinnere mich. Lustig. Gut gemacht. Das war's. Mrs. Blueberry, danke für die 51 Monate. Vielen Dank für den Support. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Ich hätt gern gesehen, was es noch so für... für Anomalien gibt. Die waren schon ganz gut gemacht teilweise. Nice, aber kurz. Ja. Das Game ist aber auch gar nicht mal so teuer. Ich glaube 3 Euro, 4 Euro oder so. Für so'n Quickie... Ah, der Prolog zu Exit 8. Ja, also... Scheint so. Oh komm, noch was? Achso, okay. Und jetzt könnte man nochmal von vorne beginnen. Sollen wir noch so'n paar Anomalien abchecken? Oder... noch ein bisschen in den Killer-Clown reingucken. Du hast doch alle gehabt? Warte, haben wir alle... Na... Meinst du, wir haben alle Anomalien schon mitbekommen, die es gab in dem Spiel? Wo seh' ich denn das? Killer-Clown? Noch ein bisschen? Es gibt noch eine geheime... Das Spiel hat nur 3 Errungenschaften. Wir haben 2 von 3. Die letzte Errungenschaft... hat folgenden Inhalt. Folgende steht dabei bei der letzten Errungenschaft. Kukudo. Can't go home, can't go home, can't go home, can't go home. Und das ungefähr 20 mal wiederholt. Kann ich nach Hause, kann ich nach Hause, kann ich nach Hause. Keine Ahnung, wa... Okay, dann starte ich gleich noch ein bisschen Killer-Clown. Hey, euch kennen wir schon! Euch kennen wir schon! Das war ein guter Abschluss für... Plattform 8. Als nächstes Killer-Clown. Als nächstes Killer-Clown. Das war ein guter Abschluss für... Das war ein guter Abschluss für...